Hallo Leute, willkommen zum Let's Play des sinnfreisten Spiels der Spielegeschichte. Es heißt Astronaut. Astronaut ist so ein schöner Titel, nicht wahr? Ich spiele das auf meinem iPod Touch der dritten Generation. Ihr solltet dieses Video vielleicht auch nicht so ernst nehmen. Und dazu gibt es nur zu sagen, dass dieses Spiel kostenlos ist. Also nicht, dass ich mir so ein Quirp gekauft habe. Wann Werbung erstmal? So, jetzt geht's los. Ihr seht schon, ich habe so einen Astronauten und muss von Planet zu Planet springen und werde von ihnen angezogen. Die Spielidee finde ich gar nicht mal so schlecht, aber... Ja, man sieht schon, dass es ganz schön nervig ist. Ja, ich habe sogar ein extra Leben bekommen. So, jetzt habe ich schon das erste von vier der Wind geschafft. Jetzt geht's weiter. Ja... Jetzt habe ich gerade einen Boost. Und ein Schutzschild. Oh, jetzt bin ich einmal gestorben. Schade. Ja, ich glaube, das Level ist auch schon gleich wieder vorbei. Und ein Boost. Und Level geschafft. Na gut, weiter geht's. Voll jetzt ist Level. Und ich wurde wieder gefressen. Wow. Oh. Und ich bin tot. Und das schön an dem Spiel ist, aber dass man gleich wieder weiterspielen kann, obwohl man gestorben ist. Nur, die Punkte fangen neu an zu zählen. Oh. Yay. Juh. Was für ein Kombo. Ich habe zwei Tüten abgeschlachtet. Also, ihr müsst jetzt nicht denken, dass ich sonst so ein Spiel spiele, aber... Ich habe es heute zufällig im App Store gefunden, das kostenlos war, habe ich es mir einfach mal runtergeladen. Ja. Also, eigentlich ist es ganz lustig, aber... Naja, langzeittauglich würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Oh, jetzt bin ich von schwarzen noch eingesaugt. Wow, ein Boost nach unten. Und jetzt bin ich hier vom Monster gefressen. Aber da wird auch schon wieder ein Extra geben. Das sammeln ich mir jetzt. Na, bitte. Jetzt noch ein Boost. Wow. Mann, Leute, das ist so langweilig. Ich mache die Scheiße nur für euch, ja. Nein, das ist letztes Level. Oh, mal wieder gestorben. Juhu. Und gleich geht's weiter. Also, falls ihr euch wundert, die Levels sollen gar nicht unterschiedlich sein. Falls ihr euch wundert, dass ihr eben genug Schneeplaneten und Erden und Metallplaneten seht, hier kommt nichts anderes mehr. Also macht euch keine Hoffnung. Es ist sehr kostenlos. Und mal wieder gestorben. Aber gleich wieder ein Extra-Leben eingesammelt. Das war doch mal gut. Sehr schön. Juhu. Ach, Mann, schon wieder gestorben. Also, da das Spiel gleich vorbei ist, will ich jetzt schon mal sagen, falls ihr noch andere sinnlose Apps kennt, die ich für euch testen kann, dann könnt ihr es ruhig in die Comments schreiben. Ich habe die Zeit dafür. Juhu. Und das war schon das ganze Spiel. Sektor 1. Jetzt kann ich hier noch mehr kaufen. Es kostet aber 1,60. Dazu habe ich ja jetzt auch keine Lust. Nein, danke. Euch danke fürs Zugucken. Es ist schön, wenn ihr unseren Kanal abonniert oder sonst nochmal einschaltet. Wir bieten übrigens auch Let's Plays zu Konsolen und Computerspielen. Also, man sieht sich. Ciao.